Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wotokomender wieder mit dem Lars und wir spielen wieder eine Runde Abschluss zwischen dir, die immer noch in der gleichen Lobby aber da sind ein paar gute reingekommen die unteren da aber ich denk mal die werden sich aufteilen deswegen wird uns das nicht so stören ich hatte ne die ASM1, na da hab ich ja jetzt die K5 die kann ich direkt mal umnennen KF5 ja ich wollte nämlich den Farb den Paintball Modus noch einmachen der ist voll geil der ist halt auch nützig da wird das Gelb da ist das Blut halt dann gelb nur das Gute ist dann siehst du halt wenigstens wo du genau immer reinschießt also dann weißt du wenigstens ob du auf dem Kopf drauf hast oder wo du halt immer wo deine Trefferpunkte halt immer sind ich spiel jetzt mal die AK aber ich kann das jetzt auch mit dir am Anfang machen da Paintball Effekte einfach aktivieren kannst du auch noch Farblinden aktivieren das ist auch ziemlich cool eigentlich ich find Farblinden Modus sogar eigentlich fast schon besser ja glitcht hier alle wieder lang am Anfang die Map find ich richtig gut ich glaub darauf hatte ich auch meine beste Runde ah gut oh direkt direkt Level Up ja von hinten scheiße ey da hinten ist einer ja ich find aber Abschluss bestätigt ist mein Gott ja hab ich schon nix gelesen jetzt gerade da läuft schon wieder einer Akimbo rum Junge 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 ey dann geht mir auch voll aus man lieg ich jetzt gerade ich könnte mich nicht so hier so hinlegen also könnte ich schon aber ich sag dir das war ne mein Gott ne jetzt hat der Akimbo Typ ne immerhin dann klaut dir die ganzen Marken wach der Typ der nimmt jede Marke ein ey Junge ja wieder 50 Punkte ne bist du die Drohne ich ne fass es nicht gestorben wieder Jo die Drohne will heute nicht mehr ja natürlich nicht so gut ich bin grad mitten auf dem Dach hier ich bin voll offensichtlich ich muss ja weg und die könnten jetzt von da kommen oder auch von hier ich hab hinter mir eingehört mit seiner scheiß seinem scheiß Doppelsprung auch von hinten immer von hinten egal ich hab meine Vorräte aber gleich ok warte das gleich ne so da liegt ne Marke die ist jetzt weg ich hab 300 Sachen irgendwie 300 mit dem Sturmgewehr irgendwie 300 Leute getötet jetzt insgesamt oder so oder irgendwie sowas da unten ist noch irgendwo einer ah jetzt nicht mehr ah das war da links ein Gegner mein Gott dann zieh ich grad mach schon wieder 50 wenn er dann geht 5 5 ist jetzt nicht meine beste Runde wobei wir so ne geile Drohne haben na gut immer noch mal den geholt hinter mir ist auch noch einer meine Güte war mit was für ne Waffe spielt der Kf5 hinter dir Lars glaub ich da links ist einer auf dem Dach hab ich ihn nicht gesehen ne ja ja Junge der Typ mit seinem Laser ne ohne Scheiß Alter ich seh einfach nur immer egal wo ich bin einfach nur irgendwas grünes boah wie kann man nur mit so ner Scheiße spielen ey ich weiß einfach nicht von wo die jetzt kommen da war schon wieder dieser Laser er tötet mich ernsthaft schon wieder mit diesem Laser Mann ey ohne Scheiß ich raste gleich aus oh Alter ja von mir der Systemeck ist jetzt auch zwar kacke aber das ist nicht das Schlimmste aber der Typ mit seinem Laser ohne Scheiß fuck der mich ab wird schon wieder von irgendwo beschossen Junge ich steh einfach mal 7 zu 9 ja mann alter endlich mal wieder ein Kill im Comeback glaub ich boah der Typ mit dem Laser ne boah alter der guck man mein Gott ich krieg keine Drohne mehr ne ich tu gleich irgendwie die Scheiße aber das ist nur 400 Punkte mal Unterstützung Drohne Unterstützung dann hast du eigentlich immer ne Drohne die ich doch nicht ja natürlich dann kriegst du es auf jeden Fall ah Abschluss verwehrt ey ohne Scheiß ne wie schnell ich tot bin das ist nicht normal und der Typ mit dem Laser ne ey ganz ehrlich das ist ein Sch- alter das ist ein Scherz das Spiel gerade ey wie schnell der mit dem Laser ne wie schnell totet der mit dem eigentlich eigentlich mit das wisst ihr auch gerne wie schnell der Laser von dem tötet ja mann Volltreffer glaube ich jetzt habe ich neun Da ist einer. Ja, das war ein Teammate. Ich sehe keine Gegner. Ich sehe einfach keine Gegner mehr. Junge, was war das für eine behinderte schlechte Runde? Ne, ich war richtig schlecht. Weil der Laser-Typ mich weiß, was ich für oft getötet hat, Alter. Ja, scheiß, war doch ziel, ne, erstmal. Wer war denn, aber der Typ? Ja, der Kuga, den haben wir auch angeschrieben, den Spasti. 8, 12. Boah, jetzt hat von den 12 Malen, glaube ich, viermal der Laser-Typ getötet. Und einmal der Wichs-Sniper. Wieso, was kriege ich? Du kriegst jetzt viel. Ich habe nichts bekommen mit 27. Also ich habe gar nichts bekommen, zugesehen. Ey, doch! Die ganzen Abschluss-Serien. Ja. Und meine vierte Punkt-Serie. Die werde ich euch alle morgen zeigen. Ich würde sagen, heute war eine richtig klasse Runde, aber das... Geh mal raus, bitte. Aber das sollte uns nicht stören. Morgen spielen wir mal, ich glaube, einfach mal eine ganz gediegene Runde Team-Death-Match. Ich werde euch dann morgen meine Klassen zeigen. Ich wünsche euch schon noch viel Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Tschüss!